In Randlagen. Dankeschön, Herr Ujas, Herr Stadler. Danke, Herr Präsident. Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, obwohl ich an sich den Bericht und das Anliegen grundsätzlich befürworte. Nur ist jeweils, und das beobachte ich jetzt schon zum wiederholten Male, bei derartigen Berichten immer wieder auch ein militärischer Aspekt dabei. Und diese Versuche, Militärstützpunkte, beziehungsweise auch den Einsatz ausländischer Militärtruppen in den Mitgliedsländern einsetzen zu können, den muss ein Vertreter eines neutralen Staates entschieden zurückweisen. Daher würde ich derartige Berichte in Zukunft gerne unterstützen und unterstütze auch dieses Anliegen grundsätzlich, kann aber aus diesen Gründen, nämlich wie ich sie schon beschrieben habe, weil jeweils subkutan militärische Aspekte mitgeliefert werden, derartige Berichte nicht unterstützen.